wunderschönen guten tag ich hoffe ihr habt ein tolles adventswochenende wir schauen heute hier gemeinsam mal in ein center's back hinein ich mache noch mal ein video wo ich gleich drei auspacken werde damit wir einfach mal gucken können sozusagen ein xxl unboxing aber jetzt schauen wir erstmal hier rein was es da so alles gibt schneiden muss ich unbedingt üben aber kriegen wir schon irgendwie auch so der center specs immer wieder sehr beliebt tolle köder für einen unschlagbaren preis sind aber keine mehr erhältlich braucht da gar nicht gucken im shop aber vielleicht fürs nächste jahr ich verlinke euch auch hier oben noch mal eins fürs letzte jahr was es da so gab ich stelle ich mich aber wirklich an wie der erste mensch hier beim aufmachen aber jetzt haben wir es wirklich verrückt so und da haben wir das gute stück mit verpackungsmaterial können wir umher schmeißen ein aufkleber und natürlich einen zettel unser beliebter center spec das brauchen wir jetzt aber nicht durchlesen wir wollen ja mal schauen was hier so sich alles drin verbirgt klapperts schon da höre ich schon die hard baits so mit o auf der einen seite haben wir natürlich mal ein branding mit mfb centers back und auf der anderen seite können wir natürlich schön stylisch am wasser tragen mit dem perch im ja wie heißt das design ich weiß es nicht es hat immer so namen aber ich weiß es wirklich nicht aber dann fangen wir jetzt mal an hier was war da so alles drin haben da geht es schon los da haben wir big mama's little boy einen schönen großen finch also zwei sozusagen die farbe hatte ich ja auch schon in meinem adventskalender ja ein geiler köder ein absolut geiler köder kann ich euch nur so empfehlen dann geht es hier weiter mit einer packung mac perched von abo gas hier hier im feier tiger design ja der ist auf jeden fall würde ich mal sagen auch vor aktiv jetzt ja so vor aktiv natürlich ich weiß gar nicht ob das immer so ist beim feier tiger aber vielleicht genau aber der auf jeden fall hier ja sogar noch ein kopf mit dran da wo dann alles gedacht auch hier übrigens auch gar nicht gesehen so was haben wir noch was haben wir noch da war noch ein gummi köder aber was das jetzt feiner ist weiß ich nicht kann ich jetzt nicht so genau sagen weiter geht's mit von west in scandinavia ein tis kicktease st orange snow auch hier wieder mit einem jick haken sehr interessant übrigens die sind wirklich sehr klein vom gewicht her wie man es hier schon sieht habe ich so auch noch gar nicht auch nicht im laden noch nicht gesehen oder nicht darauf geachtet sehr klein auf jeden fall die sind wahrscheinlich auch uv aktiv sieht man ganz gut glaube ich hier in einem vierer pack so dann geht es hier weiter lässt mieter das sollte savage gear sein genau da haben wir ein paar spezielle jick köpfe hier so für köder die ja vorne ein anderer kopf am besten fürs für den lauf würde ich jetzt mal sagen haben sollten jetzt glaube ich der real würde ich jetzt mal sagen und ja genau so was haben wir noch da haben wir ein hart date von 100 floating nettop water also ein top water köder hier in dem fall 22 gramm genau zehn zentimeter ungefähr der center aspekt ist wie gesagt immer sehr beliebt jedes jahr tolle köder drin so da haben wir hier ein shutter bait auch sehr im kommen gerade sehr im trend wie ich finde vorne ist ein kleiner karabiner dran von der anderen seite wo dann euer karabiner eingehangen wird und hinten kommt dann eben noch ein gummi ran den ihr euch in eurer größe und farbe sage ich mal was für euer gewässer oder eure zu behandeln am besten passt genau auch geil also auch wie gesagt voll im trend dann haben wir noch einen krank ich würde jetzt wollte jetzt eigentlich krank bait sagen aber es wahrscheinlich kein dass mehr so ein wobbler der so ein bisschen in die richtung vielleicht geht genau kobe crank den hatten auch schon mal irgendwo drin aber ich weiß jetzt gar nicht mehr genau von savage gear floating der schwimmt also 1,5 bis 2 metern lauftiefe dann geht es hier weiter mit das hier das was von molex oder so ich weiß es gar nicht steht nichts drauf man sieht mir aus wie eine art ja krebs oder sowas mit passendem kopf und auch einen besonderen kopf hier in dem besonderen design die sind immer noch nicht am ende weiter geht es hier haben wir von seika toyama auch einen wobbler 14,5 zentimeter lang oberflächen köder nicht 45 gramm tschuldigung natürlich 95 zentimeter millimeter nach gott verdammt genau call of perch also die farbe ist natürlich der war schon da geht es hier weiter da haben wir da haben wir ihn der angedrohten mfb weihnachts wobbler da wurden wohl noch ein paar gefunden immer wieder gerne genommen immer wieder gerne dabei sind aber noch ein lolly und wir sind immer noch nicht am ende geht hier immer noch weiter da haben wir noch den sasa seed trout in 16 gramm von abogacier genau das also mehr so eine art ja sagt man zu denen auch spoon ich weiß es nicht das kommt ja wahrscheinlich eher von löffeln aber könnte so etwas passen ich weiß nicht könnte einmal in die kommentare schreiben ja auf jeden fall würde ich mal aussagen vor aktiv ja ja das doch mal eine angenehme tolle mischung ja mein highlight aus dieser box muss ich ehrlich sagen dass immer noch der finch weil ich wirklich gerne mit gummi mal angel und ja hat jetzt ist nicht so meins aber trotzdem tolle sachen mit zwei von allen möglichen herstellern für jeden etwas und auch der besondere wobbler ich weiß nicht ob der in jedem bank ist aber wir werden es sehen ob die chancen größeren das an jedem ist weil drei bags habe ich nämlich noch und die zeige ich euch auch hier dann hoffe ich hat euch das video gefallen und wünsche euch noch eine tolle weihnachtszeit schaltet auch beim unboxing des adventskalenders wieder ein macht's gut und bis morgen euer lemmi